Hallo, Rav Tütetek hier mit einem kurzen Infovideo. Ja, ich möchte nur kurz erzählen, warum ich dieses Jahr nicht zum After- und Buten-Festival nach Goldenstedt und zum Epirates-Festival nach Hamburg war. Also ich gucke ja im Internet immer so nach Festivals und das After- und Buten-Festival in Goldenstedt. Also das interessiert mich dieses Jahr überhaupt nicht. Also vom Line-Up habe ich nachgeschaut, wer da hinkommt, aber da kommen kaum irgendwelche Bands hin, die mich interessieren würden. Und zum Epirates-Festival, da würde mich das Line-Up auch nicht so interessieren, aber da könnte ich eh nicht hin, weil ich in der Zeit unterwegs bin. Ja gut, das so als Infovideo für heute und ich will sagen bis zum nächsten Video.